So, und damit hallo Leute, hier ist wieder euer Gartolk, willkommen zurück zu Let's Play Ghost Masters. Wir sind in Akt 3 und wir haben jetzt noch zwei Level offen, das ist zum einen hier Spooky Hollow und Ghost Breakers, das sind unsere beiden Level. Zuerst, ja, Spoolzimmer, ich bin gerade überlegen, ob ich erst aufrüste und danach Spooky Hollow mache. Ähm, nee, ich gehe in Spooky Hollow. Wir werden das Level zuerst machen, weil da kriegen wir ein paar Geister, die ich echt will. Die sind nämlich echt cool, die Typen. An neuen Geistern sind wir immer interessiert. Sag ich doch. Doch, kopflose Reiter sind eine wahre Seltenheit. Wie oft kommt es schließlich vor, dass man zu Pferde den Kopf verliert? Wie uns zu Ohren gekommen ist, gibt es in Spooky Hollow eine Verschwörung mit dem Ziel, einen kopflosen Reiter namens Dragoon herbeizuzaubern. Zeige den Sterblichen, wer die Verschwörer in ihrer Mitte sind und finde einen Weg, Dragoon für uns zu gewinnen. Mit seiner Hilfe werden wir den Sterblichen zeigen, dass man uns nicht ungestraft ins Handwerk furscht. So, wir sollen Dragoon, den kopflosen Reiter, ähm, ich glaube, es ist sogar der mächtigste Geist, den wir haben kriegen können, oder den wir kriegen können. Den bekommen wir in dieser Mission und das hier ist eine reine Außenmission. Ähm, für die Mission auf jeden Fall nehme ich Fingers mit. Warum, wenn wir nicht sehen. Ähm, wir haben übrigens auch noch drei Geister bekommen. Wir haben einmal... War es Gesser? Ich weiß gar nicht, ob es Gesser war, den wir gekriegt haben. Wir haben einmal The Painter bekommen. Ähm, der Typ ist eigentlich kacke. Allgemein sind die Geister, die wir für den dritten Akt bekommen haben, unglaublich scheiße. Meiner Meinung nach. Ähm, wir haben Lady Rose bekommen, die wir hier nicht einsetzen können. Die ist nämlich genau wie Trissia im Spiegel. Sie ist noch das Nützigste, weil sie hat, im Gegensatz zu Trissia, hat sie das Trojanische Pferd bereits. Was sie extrem gut macht. Aber auch nur, wenn sie halt im Spiegel hat. Weil wir einen Spiegel haben. Und ja, doch, es war Gesser. Ähm, er ist praktisch eine abgeänderte Version von Ghastly. Ähm, meiner Meinung nach aber auch nicht gut. Er hat halt diesen Schock gefrostet. Das ist eine Fähigkeit, die ist ziemlich gut. Aber der interessiert mich auch gerade nicht. Weil, wie gesagt, das ist eine Außenmission. Es gibt zwar eine Menge Gewalt und sowas. Aber hier in der Mission, aber das brauchen wir, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, also wir nehmen ihn hier mit. Dann nehmen wir Weather... Ne, nicht Weather... Ne, nehmen wir den mit. Doch, ich muss Weatherwitch mitnehmen. Warum, werde ich gleich zeigen. Oder werde ich später zeigen. Ich nehme Whisperwind. Ne, sie war das mit dem Sturm, ne? Ja, sie war das mit dem Sturm. Und... Ähm... Und Wravema... Wravemaster, genau, Wrave... Ihn hier mit. Wravemaster. Ähm... Ich nehme Banzai mit. Also Ziel ist es, der Mission ist es, den komischen Typen da... Den Leuten zu zeigen, dass dort... Ähm... Halt dieser Schwörer ist. Ich nehme Hardboiled mit. Und ich nehme... Wo ist sie dann? Hurried nehme ich mit. Weil sie ist... Hat nämlich die Bindung draußen. Das ist ganz gut. Und... Ich... Brauche noch was zum Locken. Ähm... Wer von euch kann denn locken? Keiner von euch. Uh, Locken. Nee. Ah, die können wir jetzt auch nehmen, weil ich... Harried dabei hatte. Ah, okay. Ich war gerade eben verwirrt, aber... Gut. Hm... Bleibt eigentlich nicht viel übrig zum Locken. Ähm... Ähm... Bisa, kannst du Locken? Nein. Das muss ich nicht locken. Maxim könnte Locken. Ich meine, wir... Ich habe... The Node Weather Witch dabei. Da wird bestimmt irgendwo ein Durchgang sein. Ähm... Sicherte Obsession. Ich nehme Blue Murder mit. Gut. Das ist mein Team. Let's go. Binde heraus, wer Dagoons Meister ist und enthülle den anderen Sterblichen seine Identität. Ja... Rausfinden ist jetzt nicht das Problem. Das ist der da. Wer hier? Der. Der Eel Walton. Ähm... Jetzt haben wir hier eine neue Mechanik im Spiel, und zwar dieses wabbelnde Etwas. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, ähm... Hier drin irgendeinen Geist zu binden, beziehungsweise, wenn hier eine Fessel für den Geist überhaupt wäre, was hier nicht ist, ähm... Ich könnte ihn nicht drin binden, einfach aus dem simplen Grund, äh... Dass dieses Zeug das abhält. Das ist so ein Schutzschild. Das heißt, ich muss ihn indirekt beeinflussen. Ich kann ihn also auch derzeit nicht vertreiben. So, wir haben hier aber erst einmal noch den hier. Vor langer Zeit war dies das Land meines Stammes. Man nannte mich Black Crow. Ich war ihr Schützer, der stärkste Krieger. Dann kamen die anderen. Sie erschlugen meine Leute, verscharrten mich in meiner Erde und bauten ein Holzhaus über meinem Grab. Das Land muß wieder Wildnis werden, wie es war, als ich noch lebte. Für mein Volk. Für das Land. Ja, Black Crow, den können wir befreien. Banzai kann Kraft wahrscheinlich immer noch nicht einsetzen. Nee, ich hab 75 Punkte, ich brauch jetzt mal Punkte. So, dann haben wir hier... So, dann haben wir hier... Ein Kräfschmarrn. Seien wir den Wittmann. Der geschmackvoll wird. Ja, wir haben hier Skardrow. Der Typ, den will ich noch haben. Der brauche ich für eine Mission. Und wir haben hier... Wir hatten hier Dragoon. So, erst einmal gehen wir einfach mal hin und... Kannst du eigentlich schon sitzen. Ah, wir haben Punkte bekommen, weil Black... Ähm... Weil hier, wir sehen... Äh, sie hier wurde schon verschreckt. Und zwar von... Unserem guten Dragoon, der hier auch irgendwo rumfliegt. Hier. Ähm... Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Dorfbewohner ihn hier sehen. Bei seinen Ritualen. So, da wir jetzt Punkte bekommen haben, kann ich auch gleich hingehen und... Ihn hier erst einmal hier einfach vorne dran binden. Denn... Wir müssen das Haus abreißen. Beben! Reiß das Ding ab! Wie fetz! Sehr gut! Und damit ist Black Crow frei. Black Crow und sein Land danken dir, Fremdling. Was kann Black Crow für dich tun? Ja, du kannst mitkommen, weil du hast eine echt üble Fähigkeit drauf, mein Freund. Ähm... Ich möchte... Nein. Hier, er besitzt lebendig Begraben. Eine Fähigkeit, die wir später brauchen werden. Zwar nicht brauchen werden, aber ich will sie haben. Das ist ja einfach episches. So, wir gehen mal zu... Olivia Hammer, ne? Das war... Ne, das war nicht das Mädchen. Welche von euch war das Mädchen? Ah! Die sind in dem Haus da drin. Hier in diesem Haus sind Leute. Die können wir nicht erreichen. Weiß Gott auch immer warum. So, ähm... Aber wir binden jetzt Harriet hier draußen hin. Und... Sagen... Geistergeschenk. Denn wir müssen ihn hier dazu bringen, ähm, dass er praktisch, dass das... Also er will Blut. Der Kerl ist Blut veranlagt. So, wir binden ihn hier dran. Und wir binden ihn hier dran. Er hier darf... Äh, ich weiß gar nicht, ob Hagelkörner reicht dafür. Bin mir jetzt nicht sicher. Er macht mal ein bisschen Hagel hier erstmal. So. Und... Beziehungsweise er kann hier Blutflut. Er macht Blutflut. Die schicke ich jetzt da. In den Himmel! Acht tausend schwingen! Dir zur Hilfe! Ja, er hat einen... Knall. Aber gut. Damit haben wir... Skardrow befreit. Ähm... Skardrow ist... Wie wir vielleicht schon von den Fähigkeiten gesehen haben. Wenn ich hier jetzt einfach mal... ihn verbinde. Er ist praktisch der dritte... Schwarmling. Also, er beschwört Raben. So wie Buck Hunde beschwört. Und, äh... Ähm... Wie heißt sie an... Wie heißt die andere? Äh, ähm... Äh, äh... Ich hab den Namen vergessen. Die Spinne. Halt. Ähm... Ey, wisst ihr, wen ich meine? Halt meine Spinnen. Meine Lieblingsspinnen. Da ist das Kind. Ah! Nein, 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 nein. Oh, da ran! Ja, und... Es wäre gut, wenn du damit aufhören würdest. Beziehungsweise dich kannst du noch verschrecken. Damit ich die Punkte bekomme. Das ist nämlich wichtig. Ah, Blut! Ah, 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 okay. Was für das? Ob schon nicht stolz darauf, meinem feigen, sterblichen Herrn zu dienen, bin ich durch ein altes Gesetz an ihn gebunden. Erst wenn seine Pläne offenbart werden, kann ich aus seinen Diensten entlassen werden. Die Legende sagt, erst dann kann mein fleischloser Schädel in sein irdisches Grab zurückkehren. So, jetzt möchte ich einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich... Ah, ich kann ihn direkt vorne dran blicken, das ist sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein paar Sterbliche anlocke. Was dann abgeht hier. Sofern irgendwer kommt. Nein, nein, Lust. Irgendwie. Nicht? Kein Bock, lieber auf Klogin. Alter, was macht ihr da? Leute! Das ist übrigens mal dasselbe. Das sind Brüder. Nee, die haben nicht so wirklich Lust. Da ist das Kind. Okay. Hör mal auf. So. Normalerweise hätten die eigentlich jetzt kommen sollen. Aber, bevor wir da jetzt weitermachen... Das sieht so falsch aus. Leute, hört auf damit. Was ist das? Hier... Wurzigen. Wo wurde er? So. Wir haben ja jetzt beide Geister befreit und Dragoon. Ah. Jetzt sehen wir, was passiert, wenn da einer in die Nähe kommt. Wir würden das sehen. Und zwar, sie wurde vertrieben. Ähm, sobald alle... Sobald ein Geist... Äh, äh, Geist sag ich. Ein Sterblicher in die Nähe kommt, wird er von Dragoon automatisch vertrieben. Das ist ein Problem. So ein bisschen. So. Aber... Ähm... Diese Welt besitzt noch ein anderes Geheimnis. Und zwar, ich möchte zuerst Whisperwind hier dran binden und sagen Sturm. Ähm, dann möchte ich Wavemaster hier binden. Und, ja. Ja, da fällt der Schädel runter, wenn ich das mache. Ähm, und ich möchte sie hier dran binden und sagen Donnerschlag. Und danach sollte sie Böen einsetzen. So. Ähm, einer habe ich vergessen. Kannst du sowas? Ah, du kannst regen. Gut. Zack. Wir haben Stormtalon befreit. Ähm, er ist neben Dragoon einer der heftigsten Jungs, die gehen. Sagen wir es mal so. Denn... Ich werde einfach mal ihn... Oh man, das ist... Das ist zu einfach. Komm. Ich weiß, dass ich es eigentlich nicht tun sollte, weil ich brauche die... Typ eigentlich deshalb, aber das war es wert. So, wir haben Stormtalon befreit. Denn wir können Stormtalon hier überall draußen mit... Und er besitzt Typhoon. Wow. Das macht praktisch im kompletten Gebiet einen riesigen Wirbel. Und hier können wir jetzt mal sehen. Hier... Ihm fällt immer wieder der Schädel runter, wenn dieses Ding drüber... Eigentlich sollte er es eigentlich zerquetschen, aber... So, Typhoon wird uns später naus. Und er besitzt Starkstrom. Das ist auch eine ganz witzige Sache. Kann er hier jetzt nicht einsetzen, weil hier kein Strom ist. Aber... So, jetzt kümmern wir uns endlich um diesen Kerl da. Ich tröde dich ja schon viel zu lange rum. Jetzt nehmen wir Fingers mit. Fingers, binde dich mal da dran. So, und... Ich binde... Du kannst es auch flüstern, ne? Du kannst die irrsinnige Einladung. Dich, binde ich hier und sage irrsinnige Einladung. Und... Dich, binde ich hier... Und sage auf Sirenen, Susann. So. Und Fingers wartet auf seinen Einsatz. Wo seid ihr denn? Leute? Ah, Moment. Ich habe Blue Murder dabei. Ach, richtig. Kommt mal auf. Den kann ich ja hier binden. Beziehungsweise, ich könnte ihn auch mit... So. Obsession. Damit soll das gehen. Sehr gut. So. Und wir binden... Fingers jetzt doch hier dran. Er kann sie nicht einsetzen. Warte mal. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ähm... Banser, hilf mir mal aus. Danke. Unheimliche Ruhe! Ja, sehr gut. Denn... Ihr wollt mich verarschen. Ja, Fingers, hör auf. Ich hätte auch noch den Schlafenden hier verwenden können. Aber gut. Ähm... Blümmer da auf. Vielleicht mit dem hier. Alter. Leute. Macht mich nicht schwach. Sirengesang. Ah, danke. So, jetzt. So. Und hier zurück. Das wird doch funktionieren. Alter! Na gut, wenigstens kann Dragoon sie jetzt nicht mehr verscheuchen gerade. Höh. Höh. Leute. Bitte. Arbeitet zusammen. Hast du sowas? Nee, du kannst nur wehtun. Du kannst lebendig begraben. Oh, Moment. Du kannst besessen halt. Besetzt den mal. Juhu. Ja, hallo. Siehst, das bringt mich nicht. Aber ist egal, ja. Äh. Äh. Ich muss mal so ein bisschen Bekräfte deiner gegenwärtigen Stufe. So. So. Der Reed kann keine Einladung, ne? Nee. Die bringt mir jetzt gerade nichts mehr. Okay. Okay. Äh. Na los, hau raus. Wie sie alle. Oh, scheiße. Wenn ich hier jetzt irgendwie was machen könnte, dass, äh, die alle abkriegen was. Unheimliche Ruhe, Leute. Unheimliche Ruhe. Leute, bitte. Hat das jetzt funktioniert? Keine Ahnung. Könnte jetzt sein, dass ich eine Menge Leute verliere. Ich hätte einen Schlafwandler mitnehmen sollen. Für ihn hier. Den hab ich vergessen. Na los, hau. Auf, vor er kommt. Erlaube Jagoon nicht, den Sterblichen aus Spooky Hollow zu vertreiben. So. Ähm. Ich hab Typhoon da gebunden, weil ich will, dass er mir mal Sturm zaubert. Einfach, dass der hier den Kopf hier runterfallen lässt. Was er nicht tut. Äh. Fuck. Nachrichten vom Verrat des Vaters werden zwei Vets ohne von prompter Vergeltung gefolgt. Oh. Er hat's berichtet. Gut. Sehr gut. So. Hier sind alles... Viele Leute sind... Gut. So. Jetzt bin ich mal dich. Überallt hintergestank. Nicht stinke. So. Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal mit unheimlicher Ruhe besetzen soll. Ja. Verrat des Vaters. Ja. Ja. Er kriegt hier den Effekt ab. Ich weiß nämlich nicht, ob das gewirkt hat oder ob der jetzt einfach nur auf die Fresse gekriegt hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Es kann auch sein, dass der da weggerannt hat. Oder die Grandpa oder so. So. Yes. Er ist draußen. Jetzt kriegt er auf die Fresse. So. Äh. Harrod. So. Der Vetter ist draußen. Falle. Du bleibst da. Nein. Nicht getroffen. Ich glaube, jetzt muss ich den da vertreiben. Äh. So. Ich hab doch hier. das geschehen. Mach mal. Mach mal. Ein müder Leichnam kann jetzt endgültig ruhen. Und nun bring mich zu meinem ehemaligen sterblichen Herrn und lass ihn die Angst seiner eigenen Opfer doppelt verspüren. Das kriege ich hin. Kumpel, das kriege ich hin. So. Wir haben Dragoon befreit. Oh ja, du kannst ein bisschen kampfgeschreiter machen. So, wir haben Dragoon. Wo ist er denn? Ist er weg? Nee, noch nicht weg. Aber wir können Dragoon einfach mal hier entbinden, denn Dragoon besitzt Todeshetze. Das kostet 400 Punkte. Ähm, Dragoon hat den Effekt, der läuft durch alle Durchgänge immer durch, komplett, bis er irgendwen findet, auf den er rücken kann. Und dann hetzt er. Renn, Mädel, renn. Renn. Das macht Dragoon ziemlich heftig. Mal nebenbei. So, äh, ich binde dich hier. Moment. Renn. Binden wir dich hier. Und binden dich neben dran. Du kriegst Sirenen-Gesang, das ist ganz gut. Du darfst deine Party machen, wenn du heute aufgeladen bist. Ähm, dich bin dich hier. Fehler. Löschen. So, äh, Dragoon. Come on. Bank. So, I don't give a fuck. Da ist er. Den müssen wir vertreiben. Personifizierte, hau. So. Den scheuchen wir durch. Und jetzt können wir dich, Bank, dich auf die Bank, dich auf die Bank, dich hier hinbinden, und dir den Befehl geben. Todesjagd. Töte ihn. Kill it. Kill it with fire. Auch wenn das nicht aussieht wie eine Jagd, aber gut. Ich find das so dämlich. Wobei er hier ganz schnell aushält, also, normalerweise vertreibt Todesjagd ziemlich genau. Aber es vertreibt, glaub ich, alle, die ihm begegnen. Äh, Dragoon? Alles klar? Was tust du? Stop! No! Dragoon! Äh, Dragoon? Please! Okay. So, wo ist eigentlich mein Kind? Ah, klar. Sehr gut. Blut, blut! Da ein bisschen Horror geschürt. Fingers kann ich jetzt, beziehungsweise, Wann sei kann ich hier jetzt? Binden uns ja, geben. Scaredro bin ich nebendran. Und der darf auch sein Show-Up ziehen, sobald irgendwer rauskommt. In hier bin ich hier. Donnerschlag. Hat der leider von der abgehend gehörde. Wie er will. So, äh, Fingers bin ich hier und sage, bis zur Hochstaplerei. Wobei, glaube ich, hochstapl... Ja, bringt nichts. Binden wir dich hier dran. Du, oder ich. Ne, hier kann ich dich nicht dran binden. Ich kann mich hier dran binden und Befehle. So. Damit sollten die Leute ein bisschen Party haben hier. So, dich können wir hier binden. Ja, komm. Nein, da bringt's noch nichts. Ähm, da sind die Bonsai neben dran. Da kann ich auch ein bisschen Party. Nebel. Ein bisschen mehr Stimmung hier. So, dann... Du durftest alle Kräfte aufgebraucht haben? Na gut, das ist noch. Umleitung. Okay. Ich kann nicht bloß was bringen. Doch, da ist ne Umleitung. Sehr gut. Ähm, wo ist eigentlich unser Kerl? Achso, der, wo ist er? Ist er tot? Ne, keine Ahnung, wo er ist. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Wahrscheinlich noch im Haus. Voll long. So, damit wäre irgendein anderer vertrieben noch. Da hinten ist noch er. Stinkie. Sehr gut, das vertrieben worden. so. So. Jetzt mal irgendwie noch. So. Er hier wird übrigens in einer weiteren Mission, in der nächsten Mission, wird der, ne, nicht in der nächsten, aber in der übernächsten wird der ziemlich heftig. Das Kind hier dreht auch nochmal ein bisschen ab. Kein Problem. So. Wo ist er? Noch da. Und, geschafft. Ups, jetzt bin ich gekippt. Egal. Ah, verdammt. Ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Aber egal, wir haben 1109 Punkte bekommen. Sehr, sehr geil. Und wir gehen, Moment. Äh, was hat denn meine Zeit? Oh, wir sind schon ziemlich drüber. Gut, damit würde ich sagen, ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme und mein Name ist Gotthalk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch hat es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020